So, wir starten jetzt mit der Phase 1. Ihr könnt euch frei bewegen. Los geht's! Und Stopp! Phase 2. Bitte jeder einen Ball. Und den Prellen. Nochmal kurz Stopp bitte. Wir gehen in die Phase 3. Wenn ich einmal pfeife, ändert ihr eure Richtung. Wenn ich zweimal pfeife, wechselt der Ballbesitz. Wir gehen in die Phase 3. 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 Wir gehen in die nächste Phase. Wenn ich das Leibchen hebe, dann müsst ihr eine Position finden, die nicht den Hallenboden berührt. Ihr könnt euch wieder vorwärts bewegen. Ab geht's! Okay, und weiter geht's! Okay, und weiter geht's!